ja und heute mit einer neuen folge in gta 5 ich präsentiere euch schluck schluck ich präsentiere euch 101 mit dem fuji für den fall dass sie ihn nicht hören kann wenn er sich jetzt vorstellen tun kann jetzt machen weil er möchte genau für den fall dass sie ihn nicht hört fuji ist ein kumpel von mir ich habe ihn halt durch youtube und so kennengelernt ist ein auch krass jungen wo ich jetzt erwischt hätte es ist eigentlich ganz korrekt erklären der ganz korrekter kerl aus diesem grund mein video mit ihm und du bist fett danke schön ich liebe dich war krass ich habe was kein leben mehr egal ich habe geschießen wäre und für 6 drauf nicht woher von da hinten genau wie das dann so aussieht wenn die kamera direkt zu dir zeigt geld wie das aussieht aus sieht eiskalt mal aufrüsten hier und schon geht's los so oh mein god alter jack mich in die luft ja ich schade dass sie meine freunde halt in den videos nicht hören kannst können aber die hat ja mich schlug doch nicht so krass also meine fresse ich kann so ab sobald ich die videoaufnahme starte vorhin 72 drücke ich dem und jetzt kann ich so krass ab genau dann wenn ich aufnehme irgendwie ist es fast immer so ok das ist jetzt übertrieben das stimmt zum wirklich jetzt werde ich dich versuchen zu holen krass er ist hier ich drück der ich habe dich nicht mal richtig gesehen ich habe nur so ein kleines füchchen also so ein fuß von dir gesehen ich gedacht weil du lass mal granate da hinten hinwerfen und hat es doch gemacht oder läuft doch hier direkt du glücklicher feld also wenn es das wenn ich da ja perfekt wenn ich das nicht erwischt hätte ich keine arme man leute meistens ist es nicht ja auch zu kämpfen er auf zu kämpfen ich werde dich holen er rastet aus mit bomben und so what the was das für ein bot den o bösige ausradierte kaputt sehr böse am rat es wird sparen noch eine minute und 40 sekunden wort woher junge woher guckt ihr an wie die killcam noch zu ihm zeigt das schon gut weil ich jetzt weiß woher mich getötet habe aber irgendwie ist das trotzdem ein bisschen loll er stand einfach irgendwo hinter mir denkt sich nichts dabei geht verreckt doch daran junge es ist so schade dass man keine killkammer angucken kann das war einfach hardcore ich ballere doch hier mein ganzes magazin fast auf sich drauf du machst hier so ein karate kick sprung oder so also so eine karate rolle und dann schießt du einmal kurz auf mich und ich gehe drauf gehen auch ja verreckt oh mein gott verreckt verreckt böse digga der was sehr böse oh mein gott wo bist du läuft verreckt böse verreckt böse verreckt böse verreckt böse verreckt böse oh shit errastet aus digga stirb stirb also virtuell natürlich hier nein digga zückt doch die waffe man ich wollte so waffe wechseln er wechselt einfach zur faust verreckt böse was für viele leute die nicht erfüllte ziele mindestens doppelt so viele ja digga wie viel habe ich den kills gemacht und tode krass mal gleich mal gucken erst mal die lustige geste ganz schön pervers mit der maske noch wieso es aussieht die schwärmen 11 zu 7 ja ja 1 5 7er quote nicht über also meine lieben freunde ich bedanke mich sehr viel mal fürs zuschauen und wenn es euch doch gefallen hat dann bitte abonnieren und 2 ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017